Willkommen zurück. Hier sind wir und werden gleich sofort, so schnell es geht, ein Heilmittel nehmen. Nein, geh weg! Aaron, nicht wieder in die verkehrte Richtung, du Eierloch. Ja, guck doch nicht so, du Vieh. Moment. Erst mal da rankommen, ne? Ich will nicht den blöden Arm. Das muss jetzt schnell gehen. Ich will doch nur in den Nacken rein. Ich muss mich auch nochmal entschuldigen für die letzte Aufnahme, da war die Tonqualität leider nicht so... Oh Gott. Oh. Ew. Nein, tschüss! Ich muss mal weg hier. Einige Verbündete sind Teammitglieder, mit denen du zusammenarbeiten kannst und diese stets gemäß deinen Befehlen handeln. Diese Befehle lauten Ausschwärmen, Eskortieren und Konzentrieren. Mit Runter kannst du jederzeit zwischen ihnen hin und her schalten. Ausschwärmen lässt Teammitglieder automatisch gegen Titan in der Nähe kämpfen. Eskortieren. Bewirkt, dass Teammitglieder wichtige verbündete Soldaten vor Titan beschützen. Konzentrieren führt dazu, dass Teammitglieder dieselben Titan angreifen, die du gerade mitkämpfst. Eine wachsende Anzahl an Teammitgliedern erhöht die gesamte Angriffskraft. Einige Mitglieder überlassen dir Gegenstände, wenn du dich nicht mehr bewegst. Und einige setzen Gegenstände gegen Titan ein. Okay. Ich werde gerade ein wenig panisch... Oh. Ich blicke gerade hier nicht so durch. Wo ist er? Toll. Nein! Warum... Warum macht er jetzt nicht das, was ich will, Herrgott, nochmal? Jetzt steht er da rum. Ist er tot? Anscheinend. Ich musste einmal kurz mit der brechen. Yay! Das ging schon ganz gut. Ich habe noch ein bisschen Erkälschung und muss immer husten. Müssen die nicht schon aufgelöst sein? Anscheinend. Das wäre praktisch Maus gegen Menschen. Was kann ich tun, was kann ich tun? Toll! Ich versuche das jetzt einfach mal. Konzentration, Konzentration, einmal ins Gesicht, in your face. Ich versuche das gleiche, wenn ich die Flasen schaffe, die Flasen schaffe. Ei, 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 ei. Scheisse! Wow, nein! Es ist gar nicht so leicht Nein Wow, der ist so groß, ich weiß nicht, wo ich hier anfangen soll Da Okay Ja, ich bin ja dabei Oh, fuck Nein Warum muss der sich so bewegen? Das wird ja ewig dauern Ja, ich bin ja dabei, ich bin ja dabei Nicht hauen, nein Der Sack regeneriert sich natürlich die ganze Zeit wieder Natürlich Ist ja auch ein Titan Ja Nein Ja Noch einmal schnell Nein Treffen wäre schön Ja, ich bin ja dabei Solange wir jetzt nicht auch noch die Beine mitnehmen müssen. Holy shit. Ja. Welcher zuerst? Welcher zuerst? Wow. Komm. Nein, Aaron. Okay, Glück gehabt. Oh. Einmal noch ins Gesicht. Und nun? Einmal noch schnell. Nochmal. Ja, ich bin ja dabei. Oh, was? Oh, Gott sei Dank. Der kommt doch trotzdem wieder. Das schaffst du nicht. Warum wohl ist er entkommen? Warum wohl? Oh, Gott sei Dank. Ja, aber das Loch muss ja noch geschlossen werden. Okay. Sehr gut. Sehr schön. Du kannst Medaillen verdienen, indem du dich dem Zugriff der Titanen entziehst, während du sie präzise angreifst und bezwingst. Außerdem erhältst du je nach Typ und Anzahl verdienter Medaillen weitere Regimentsgelder. Wird von den Regimentern für verschiedene Zwecke eingesetzt. Und jetzt setzt wieder die Musik aus. Finde ich ziemlich schade. Eine Ausrüstungsausgabe für eine Standardausgabe. Ich muss ein bisschen schauen. Wir nehmen das mal. Und es wird gespeichert. Wow. Also irre. Das ist so gut gemacht, dieses Spiel. Ich bin total erstaunt. Ich komme nicht aus dem Staunen raus und ich bin total glücklich. Gut, jetzt müssen wir mal ein paar Titanen erlegen. Oh. Ja, wie konnte ein Titan von solcher Größe uns derart überraschen? Tja. Wie gesagt, wenn ihr wollt, dass ich euch das alles vorlese, ich kann es gerne tun. Sagt mir Bescheid. Beschaffung, Beschaffung, Beschaffung. Ich will jetzt nicht alles gelb raushauen. Ja, Moment, ja. Hier. Was gibt es denn hier? Was gibt es denn hier? Das ist natürlich geil, ne? Ja. Was haben wir denn hier noch? Gasdruck. Okay. Mhm, mhm. So Jetzt möchte ich einmal was schauen Oh, Geste Hallo Hallo Guten Tag So, gehen wir erst mal hier hin Jawohl, Sir, der sieht einfach nur total schläfrig aus Weiter geht's Wer lesen möchte, darf gerne Pause drücken Was kommt jetzt auf uns zu? Oh Was kommt jetzt? Ich bin gespannt Aber es ist echt gut gemacht Ich kann mich immer noch nicht beruhigen Es tut mir leid Oh Gott Dem könnte ich so eine geben Er wird nicht sterben Wow Oh Kommt jetzt das, was ich denke Ist das Und ich bin so einática Ich bin gespannt Oh Ich bin so Ich bin so Ich bin da Ich bin da Bezahe Ich bin da Ich bin da Ich bin da Geht jetzt nicht an, was du mit dem Schraubchen? Ich bin jetzt an, was du mit dem Schraubchen? Ich bin jetzt an, was du mit dem Schraubchen? Okay, los geht's! Ja, ich bin dabei. Hallo, Armin. Es gibt Soldaten, die verbündet wir sind und zu Teammitgliedern werden, wenn du in ihrer Nähe B drückst. Oh, ob ich mir das alles merken kann, ist wirklich fraglich. Bis zu vier Teammitglieder können dir folgen. Überschreitest du diese Zahl, kannst du mit Virgo zwischen ihnen wechseln. Soldaten werden noch stärker eingeteilt, von S, stark bis C, schwach. Versuche ein Team aus hochrangigen Soldaten zusammenzustellen. Komm, Armin. Also die Steuerung ist immer noch krass. Stimmt, da war ja was mit den Rauchsignalen. Gelegentlich steigen Rauchsignale auf dem Schlachtfeld auf. Wenn Hilfe benötigt wird, diese Signale verschwinden nach einer bestimmten Zeit wieder. Sobald du dich in einem dieser Signale näherst, wird eine entsprechende Nebenmission aktiviert. Schließe eine Nebenmission ab, um wertvolle Hilfsmittel zu erhalten, die dir den Sieg ermöglichen. Darunter mächtige Soldatenverbündete, die sich dir als Teammitglieder anschließen. Logistiker, die deine Gegenstände auffüllen und vieles mehr. Hier, komm mal mit. Ich muss mich einmal umsehen. Hoch, meine Güte. Diese Steuerung. Hoch, meine Güte, Aaron. Hoch mit dir, du. Hoch. Oh, Gott. Da wollte ich doch gar nicht hin. Oh, ist das fiese. Natürlich ist wichtig, dass wir alles mitnehmen, aber... Da. Halt! Oh, Aaron, ich krieg gleich einen Halt. Tschüss. Oh, das ist trotzdem supergenial hier. Hoch! Oh! Ich würde gerne trotzdem da einmal hin. Ja, weiter jetzt. Ja, weiter jetzt. Okay, und weiter, 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 hau ihm noch eine. Okay. Yay. Tot. Wo? Hoch! Oh, diese Steuerung! Ist gar nicht so einfach. Ich muss mal irgendwo auf ein Dach. Nein! Aaron! Oh, du Affi! Okay. Okay. In diese Richtung. So. Ja, einmal schön... Echt nicht einfach. Sehr gut. Sehr gut. Aber die Musik ist auch richtig geil. Oh, da. Nimm mir mal den da. Okay. Einmal... Oh, Aaron! Wir brauchen einmal Heilung. Nein! Oh! Geh weg! Geh weg! Nein! Ich muss mich heilen. Oh. Nein! Ich brauche Gas. Oh, warte. Das war gar nicht Heilung. Das war Gas. Toll. Kann ich ihn mal einer ablenken? Dankeschön. Jetzt sind wir wieder aufgefüllt. Ganz wichtig, darauf zu achten. Scheiße, ob ihr Geschwindigkeit habt. Vielleicht kriegt da überhaupt noch was. Ja. Ja. Das ist auch gut. Ist da noch einer gepressen worden? Ja. 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 Wir sind ja schon auf dem Weg. Ich muss wirklich drauf achten. Ja, ich laufe jetzt ein bisschen. Ich habe fast die Befürchtung, wir sind so schneller. Vielleicht auch eher nicht, aber... Ich will ein bisschen Gas sparen. Das liegt doch wunderbar. Gleich hier drin? Nö. Schade. Und los. Hoch. Also die Steuerung ist nicht die einfachste. Okay. Nein! Ich wollte doch gar nicht da runterfallen. Hoch jetzt. Okay. Oh, hi. Komm schon. Einmal noch. Einmal noch. Ah! Weg! Nein! Ah, shit. Und... Ah! Yay! Das haben wir doch schon mal gut hingekriegt. Wieso macht er wieder nicht das, was er soll? Eieiei. Eieiei. Ah, endlich! So. Gas. Kling. Kling. Mann. Ich würde doch so gerne einmal da rum. Mann, ich würde doch so gerne einmal da rum. Und los. Und los. Ja. Die Musik ist cool. Rauchsignal, alles klar. Ist gar nicht immer so einfach. Ich gebe gar nicht so viel Spaß. Das ist so geil. So. Hat er jemanden gefassen? So. Ja. Ich muss mal ein bisschen Zeit lassen, damit ich das hier auch überhaupt ein bisschen gebacken bekomme. Wow. Ich würde gerne hoch, aber ich brauche ein bisschen Zeit zum Üben. Ah, ich möchte das nur über diese Mauer. Komm bitte. Ja. Na, endlich. Hallo. Den haben wir. Okay. Ich muss ein bisschen nach Toten ausverhalten. Das haben wir auch geschafft. Ich habe nur das Gefühl, los, arbeiten wir mit Thomas zusammen. Fangen wir. Ja. Toll. Also, man muss echt aufpassen. Okay, der Kleine ist hin. Oh, ich muss ja einmal weg. Warte, 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 warte. Ich brauche einfach meine Kling. Die dicke Olle. Okay, das haben wir auch weg. Kommt jetzt. Yay. Okay. Okay, und jetzt? Da liegt noch was. Da lag doch irgendwo was. Null. Ah, shit. Weg. Blöde. Okay, das war's. Ja. Okay. Gar nicht so einfach. Oh, wir liegen schon wieder. Und einmal Gas. Okay. Schneller, Aaron. Na, endlich. Na, endlich. Na, endlich. Ah, endlich. Oh, jetzt ist die finale Unterwerfung. Okay. Hahaha. Was? Nein, 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 nein. Woo. Ich kann das gerade nicht lesen. Oh nein! Ich hab gar nichts mehr. Wow! Der flog einfach in... Oh, seine Fresse, sorry. Shit, die Klinge. Danke, Armin. Nein, 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 nein! Ganz kurz orientieren hier. Da. Na ja, wie sieht er ihn da nicht an? Komm schon, nein! Aaron, komm jetzt! Mach ihn doch kaputt! Ich sehe hier auch echt nicht viel. Nein, 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 nein! Oh, wow! Nein, 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 nein Ich muss hier einmal weg. Ich muss einmal schauen, was ich hier noch an Sachen habe. Oooo Aaron! Nein, 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 nein. Okay. So ein Freak. Okay. Okay. Das hätten wir. Ist er jetzt tot? Tot? Äh, nein. Ja! Ja! Okay. Uh. Wir sind auch schon total über der Zeit, Leute. Liebe Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich mach dir einen Stopp. Und dann geht's gleich weiter bei Attack on Titan. Oder auch nicht. Gucken wir uns das mal schnell an. Den Abnormen machen wir in der nächsten Folge. Scheiße. Aber in einem Ruck runtergeschluckt. Was natürlich fiese ist, weil dann ist er noch im Bauch. Lebend. Scheiße. 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 Äh, 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 äh. Arr... Er... Ah! 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 Elin! Ich werde das hier nicht mehr sterben. Arne, du hast dir erzählt. Ich werde das outside. Elin! TAYAK! Scheiße. Okay. B, ja, kann ich mit leben. So, liebe Freunde, jetzt ist aber Schluss, die Folge ist schon viel zu lang, 20 Minuten maximal. Gut, ihr Lieben, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, sehen wir uns einfach in der nächsten Folge. Ich bin Tytaren und vielen Dank fürs Zuschauen.